Das Besondere am Bungee Fitness ist, dass es ein Trend ist und eine Sportart ist, die der Fitnessbereich noch nicht gesehen hat. Es werden ganz, ganz viele verschiedene Übungen gemacht, die völlig weg gehen von dem geführten Fitnesstraining, von dem klassischen Sling-Training zum Reaktionstraining. Das heißt, jede Muskelgruppe muss im Prinzip auf verschiedene äußere Einflüsse reagieren. Wir haben alle Muskelgruppen, die angesprochen werden in den 4D-Kursen, weil wir verschiedene Übungen haben. Wir haben immer eine Grundstabilität, das heißt grundsätzlich Rumpftraining, Beintraining und vor allen Dingen natürlich auch Po-Train.